Fand die 3er passen oder fand die 3er passen? Also ich fand den 3er passen vor jetzt nicht schlimm. Wenn ich den Flalomeingang nicht vom Wurst hätte, dann hätte ich nicht. Das war ein total technischer Anspruch. Fand ich jetzt. Ja, aber nicht nur den Wurst. Weißt du, wie die sauernden Hütter aussehen? Ja. Das ist konstig schaden. Meine Handy. Also ich finde halt jede Sequenz jetzt mit dem Flalomeingang. Das ist halt ganz ganz komplett aus. Ich finde es nicht schön. Das ist vielleicht auch nicht so schön. Weil du musst ja so brutal deinen Hund ausreißen. Ja, da ist die ganze Motivation schon weg, bevor der nicht leidet. Also ich finde nicht... Bei meinem Hund schon. Also ich finde nicht, dass wir den Hund ausreißen müssen, wenn ich den Hund ausreißen muss. Habe ich das gemacht? Ich habe sie auch umgeholt und hätte ich auch richtig gefallen. Ich habe auch schon wieder. Die ist ja richtig reingegangen. Wenn du weh, wenn du weh.